Mit Achtung, Achterbahn, durch den Advent. Martin, ich fürchte mich so. Ich habe solche Angst. Kann ich dir irgendwie helfen? Sperre die Türe zu, bitte. Mach die Türe zu. Okay. Nimm ein paar Bretter, nagle das Fenster zu. Ich habe Angst, er kommt vielleicht heute. Okay, wer? Ich war nicht ganz so artig. Ich rede nicht vom Amazon-Postbot. Ich rede vom Krampus. Heute ist Krampus. Puh, kann ich als Deutscher nicht mit viel anfangen. Ja, als Norddeutscher. Und da sage ich dir jetzt mal gleich was, weil wir sind ja ein Service-Podcast. Und wir sind ja schon fast öffentlich-rechtlich, so wie wir hier unterwegs sind. Die Verhandlungen mit ORF laufen ja auch. Ja, eben. Der Krampus, auch Krampal oder Bartl im Brauchtum, eine Schreckgestalt in Begleitung des Heiligen Nikolaus, ist eine Gestalt des Adventbrauchtums im Ostalpenraum, im südlichen Bayern und der Oberpfalz, in Österreich, in Lichtenstein, in Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Südtirol, Welschtirol, Trentino. Also, Teilen des außeralpinen Norditaliens und Teilen Kroatiens. Überall, wo ich nicht bin. Überall, außer Berlin. Gefühlt hat es damit zu tun. Kommt mir vor. Aber du bist ja ein Sprachkünstler, wie wir alle wissen. Woher kommt, glaubst du, das Wort Krampus? Krampus, Krampa, Krampen, Krampe, keine Ahnung. Der Name leitet sich vom Mittelhochdeutsch Krampen, Kralle oder bayerisch Krampen. Etwas Lebloses, Vertrocknetes, Verblühtes, Verdórrtes ab. Okay. Es ist jedenfalls quasi das hässliche Pendant zum Nikolaus. Das ist dieses grauslige, unheimliche, braune Wesen mit Krallen, was mit der Peitsche einen irgendwie bestrafen wird, oder? Ich spare mir jetzt jeglichen Kommentar. Lieber Martin, das wäre O Privates in der normalen Folge. Und mit diesem Hinweis lassen wir jetzt alle wieder in eine besinnliche Adventszeit abgleiten, ohne die Peitsche. Und wenn dann nur aus dem Amorelika-Länder. Es stimmt, aber wir wünschen allen, dass nur der Nikolaus kommt und nicht der Krampus. Der Nikolaus mit der großen, großen, was hat der eigentlich? Einen Stab hat der, keine Rote.